Oh, fuck! Okay, das nervt jetzt. Ist es da immer noch an derselben Stelle? Ups, na, lass das Ding liegen! Achso, das ist immer noch an derselben Stelle, offenbar. Fuck. Ähm, den grünen hab ich jetzt aktiviert, das heißt, ich kann mir jetzt das abholen. Wird schon langsam ein bisschen trickier. Ja, gefällt mir aber, ist noch alles im grünen Berat. Truhen bleiben auch da, ne Teekanne. Super Teekanne zum Super-Tee machen. Komm mal her! So, wuii! Habt alle nen Scheiß-Tag! So, jetzt, das Ding steht auch noch, sehr gut. Ich würd aber das hier gern nochmal versuchen. Okay, das schaff ich so nicht. Da muss ich irgendwie anders hin. Ja, 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 ja. Hier. Nee, doch nicht. Hier? Woanders jetzt? Okay, es ist doch immer woanders. Äh! Nein! Well, looks... Nein! 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 Äh! Nein! Geht doch! Meine Fresse! Okay, das ist ein bisschen... Ja, tricky. Hm. Mal gucken. Vielleicht komm ich da ja irgendwie runter. Ihr wollt es ja nicht anders, ihr dummen Viecher! Hm. Och ja, ihr schon wieder. Wo wollt ihr denn? Komm, das Level ist ja noch... Es hat ja gerade mal angefangen. Bäh! So, weißt du was? Hier. Freiflug! Geh ich da irgendwie runter? Was muss da irgendwie runtergehen? Oh-oh, was ist das? Zwischenboss? Okay, ich kann nicht gegenkloppen. Du schießt Laser. Äh. Ah, okay, das funktioniert. Du bist also echt eine Art Zwischenboss. Ein ziemlich krasser, wenn ich das mal sagen darf. Ach, fuck. Nochmal eine neue. Komm mal her. Bäh! Du Vieh! Ho-ho-ho-ho-ho! Da guckste. Da guckste. Und was ist jetzt hier? Vielleicht ein ganz ordinärer Zwischenboss. Was bin ich hier? Muss ich den bekämpfen? Hm. Ja, da wäre ich nicht dran vorbeigekommen. Hätte ich bekämpfen müssen. Hm. Aber wozu? Hier kann ich noch rüber. Yay! Da unten ist noch was. Die helle. Du. Ah, okay. Na, komm mal her. Ja, ich brauch dich mal. Und weiter durchfetzen. Geh mal weg. So, hier bin ich doch richtig. Geht doch. Geh mal weg. Da mal. Da bin ich auch lang. Aha! Ach, nee. Nicht schon wieder. Das nervt langsam. Fünf? Oh. Waren das schon immer so viele? Geht weg, ihr Viecher! Geh weg! Nee! Fail! Alter! Ich hab grad echt Pech! Typisch, der Letzte! Der Letzte! Geh mit ne... Okay. So. Kriegen wir immerhin schon mal das? Du, komm mal mit. Ich brauch dich. Du musst mir mal helfen. Oh, nein! Nee! Oh, wie dumm. Wie dumm. Tschüss. Oh, dumm. Ich glaube, es ist mir im Soundkrieg jetzt auch mal weh. Ich hab schon fast alle Schätze. Drei fehlen mir noch. So, dich nehm ich jetzt gleich mit. Ich nehm ich dich über... Ja, stimmt. Ich will da wieder hin, wo ich hergekommen bin. Deswegen. Okay. Nee, Quatsch. Hör mal auf, Junge. Hör mal auf! Mann. Ich kann den ja nicht greifen, sonst hab ich den direkt gegriffen. Die Kleinen kann man nicht greifen. Äh. Och, dann geh ich eben halt außenrum. Gott, Leute. Ich hab echt besseres zu tun, als jetzt. Versuchen einen einzukriegen, den ich greifen kann. So. Weg. Ey. So, jetzt muss ich da wieder rüber. Hoppa. Okay, das ist aber schön simpel. Ich muss aber irgendwann das für die Weiße finden. Da war Knobimensch. Knobimensch. Äh. Knobimensch. Und? Na, dreh doch! Geh mal weg! So. Ha. Dann haben wir das. Dann haben wir den Subroom. Dann haben wir Subway. Eat fresh. So, aber erstmal holen wir uns das ab. Und dann gucken wir weiter. Dat ist jetzt so mein Blatt. Gehst du da hoch? Mario! Dankeschön. Hm, da. Wie viel fehlt noch? Fehlen noch zwei. Okay. Aber es fehlen noch voll viele von den Statuen, oder? Ja, es fehlen noch sieben. Und noch ziemlich viele Subräume. Okay. Das wird definitiv noch ein bisschen dauern. Du solltest dir echt mal andere Probleme zulegen, du Vieh. Einfach mal wegschmeißen. Und... Durch. Subroom abarbeiten und dann weiter. Okay. Hä? Aha. Ich stehe. Wow, wow. Alter. Das ist eine geile Idee eigentlich. Äh. Knobi. Ne Knobi, Lauchzwiebel, was auch immer. So. Das wäre auch abgehakt. Äh. Wow. Hm. Ups. Hallo, du da. Ich würde dich gerne mal mitnehmen und meiner Familie vorstellen. Komm mal bitte mit. Alter. Noch größere Reichweite ging nicht, oder? Daher nehme ich irgendwie die Welt und werfe die demjenigen an den Kopf, den ich nicht mag oder so. Okay. Okay, Subroom. Bleib noch rein und auch abhaken. Was abgehakt ist, ist abgehakt. Und? Ah, die kann ich. Okay. Vergeigt. Nochmal rein. Nochmal rein. Okay, solche Dinger mag ich irgendwie. Die mag ich nicht. Die habe ich irgendwie noch nie gemocht. Heißt der Teufel warum? Ich muss die schon da hinschlagen. Anders geht das nicht. Aha, aber so. Okay, das haben wir und das haben wir. Damit wären wir bei vier davon und der hat immer eine andere Pose. Hier, vier und vier brauchen wir noch. Und zwei Truhen. Das ist im Bereich des Machbaren. So, erstmal wissen, was willst du. Ein Kampfring liegt vor dir. Mit so einem solchen Kampfring beginnt. Einminütiger Kampf. Hau jeden so einen Ringwagen. Aha. Ding, 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 ding. Ja. Ja. Ja, das macht doch Spaß. Und. Bam. Ihr seid ja luschig. Nochmal kommen. Säule. Und. Super Säule. Super Säule. Nehme ich hier mal den Dino. Dino zum Gegner kloppen. Ja. Ihr dummen Vögel. Wart ihr was? Hier. Fangt. Oh, die explodieren einfach. Yay. Die Dinger gefallen mir. Geil. Ähm. Da kann ich hoch. Da ist auch noch eine Truhe. Also da erscheint nachher eine Truhe. Müssen wir nur noch finden. Hier brauche ich einen Gegner für. Wenn man vom Teufel spricht. Lass du das bleiben. Ich brauche deinen Kollegen mal. Komm mal mit. Äh, hallo? Hallo. Und komm mal mit. Jetzt aber. Ich stelle mich genau drauf. Und dann. Bam. 11,7. Oh, weia. Das ändert mich jetzt mal, wenn ich mal so dran denke. Voll an Mario Sunshine. Nur in langsamer. In viel, viel langsamer. Hoppa. Das ist so einfach. Aber dennoch, ich mag das Spiel volle Kanne. Es ist irgendwie so... Ja. Ihr habt schon recht. Er ist irgendwie der coolste Anti-Held so in Mario, den es gibt. Hä? Möchte ich da was übersehen? Ne, da sind nur Münzen. Da ist aber alles, was ich brauche. Yay. Geschafft. Einmal das. Einmal das. Damit hätten wir jetzt 5 von 8. Und ich höre uns das Spiel noch da und da 2. Okay. Juhu. Läuft alles nach Plan. Naja, was heißt denn Plan? Nein, nicht runterfallen. Fall um, du Vieh. Okay, da brauche ich noch jemanden. Brauch dich mal. Komm mal mit. Du bist mein neuer bester Freund. Also komm her. Okay. Dreh, 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 dreh. So. Okay. Du schon wieder. Du hast auch keine Probleme, oder? Aber jetzt hast du vielleicht Probleme, nämlich Kopfschmerzen. Da ist noch ein Sub-Room. Da ist eine Plattform, wo eine Truhe erscheint. Ich mache erstmal den Sub-Room. Was abgehakt ist, ist abgehakt. Äh. Krieg ich die damit kaputt? Ne, natürlich nicht. Also muss ich die alle so heben. Da ist das. Aber hier ist garantiert noch mehr. Ich höre das doch. Sorry, wenn das jetzt... Also das ist jetzt garantiert langweilig, weil das auch so ewig dauert. Die ist ja nicht auf einmal kaputt, leider. Hm. Das kriegt die gleich so. Ne, funktioniert auch nicht. Aber hier ist garantiert noch was drunter. Äh. Ich höre das doch. Da! Haha! Man hört die sogar so ganz, ganz leicht. Saugut. Äh. Warte mal, was? Warte mal, zwei, zwei. Okay. Mir fehlen von allem nur noch zwei. Wow, hallo! Äh. Geil, ich habe mich jetzt gerade selber weggebombt. Uah! Wieso lag das gerade bei mir so? Mäh! Wenn ich rauskriege, dass es Antibier ist, installiere ich den Scheiß. Es geht mir nämlich langsam echt auf den Sack. Es lag gerade, ey. Frame-Einbrüche aus irgendeinem Grund. Wehe, es ist wieder ein Garten. Tschüss. So, Frame-Einbrüche, Schluss. Ah, hier ist noch was. Hier ist noch Weg. Aber ey, hallo Frame-Einbrüche! Schluss ist... Aus! Aus! Aus, PC! So. Mach auf! Oh, Alter! 21 Frames! Alter! Wieso? Was ist denn los? 27... Was? Ein Moment mal, ich schneide mal ganz, ganz schnell. Äh, ja, ganz schnell, Moment.